Ja, hallo! Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil ich mache heute ein Tutorial zu einem Online-Spiel und das heißt Frogmania und da spielt diese Musik ab. Damit kann man ja vielleicht abstellen. Ja, geht. Zum Glück. Okay, fangen wir einfach mal an. Wenn ihr es selbst versuchen wollt, dieses Spiel zu spielen, geht auf www.jetspielen.de schrägstrich spiel-truck-mania.html Okay, legen wir los. Play the game. Okay, wir fangen beim ersten Level an. Machen auch das mit dem ersten Truck. Mit dem Fall-Tasten könnt ihr den Frog steuern und ihr müsst aufpassen, dass euch die Ladung nicht rausfällt. Guck und das passiert, wenn man nicht richtig fährt. Und geschafft! Klick zu Continue. Okay, jetzt machen wir auch das zweite Level. Ich habe zwar schon das letzte, aber egal. ich habe auch schon ein bisschen Übung, weil ich musste ja herausfinden, wie das geht. Ich habe jetzt nicht rausfällt. Und jetzt machen wir die Ladung nicht rausfällt. Nein, nicht rausfällt. Nein, nicht rausfällt. Nein, nicht rausfällt. Ich habe jetzt rausfällt. Ich habe jetzt rausfällt. Ich habe jetzt rausfällt. So, fahr. Geschafft! Ähm, was hatten wir eben? Dieses Level? Ja, hatten wir. Machen wir das Pferd. Auch mit diesem Flak wieder. Okay. Oh. Noch keine rausgefallen. Oh, Hilfe. Das hat Kante gekostet. Aber es hat sich noch geschafft. Oh, neuer Rekord. Das ist egal. Okay, das hatten wir eben. Machen wir das fünfte Level. Oh. 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 Geschafft! Kann doch da rüber! Gibt's richtig mal Gas! Ja! Geschafft! Okay, das siebte ist freigeschaltet. Das sieht einfach aus, aber... Ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja. Ja. Woah! Bin falsch? Ja. Okay, äh, dieses Level und dann... Ähm, mach ich Schluss. Mit diesem Tutorial. Und ich dieses Level fertig habe. Das kann doch 100 Jahre dauern, aber... Geschafft! Also... Probiert es selbst auf. Aus. Auf www.jetspielen.de Schrägstreich spiel... Quack... Ähm... Bindestrich mania.html Okay, tschau. Tschau. Però... Före... Ich glaube, das Potions dementiert. Mach mania...